Servus Y und Dave, auch im SDA4A und heute machen wir was ganz verrücktes. Ich habe wieder 17 oder 16 Fiesi Bubbles hier mit. Also hallo andere Menschen da, hallo. Hallo, 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 hallo. So, wir haben heute was Neues vor, beziehungsweise, naja gut, ob es neu ist oder mit irgendwelchen Mitteln gewaschen, kann ich jetzt auch nicht sagen. Erstmal legt ihr euren Taktikeinstieg hin. Ah, wie denn? Das ist frei für alle. Ja, geht nicht. Das wollte ich nämlich gerade fragen, wieso sollen wir Taktikeinstiege einnehmen für frei für alle? Geht das nie? Das habe ich natürlich gewusst, dass das nie geht. Ist aber egal, tut nämlich nichts der Sache, das war eigentlich bloß Ablenkung von mir. Ja, also das mit dem Taktikeinstieg habe ich natürlich gewusst. So, ne gut, jetzt geht es nämlich los und zwar erkläre ich euch erstmal das ganze Geschehen, was wir heute machen. So, jetzt nochmal ganz langsam von vorne und Baum. So, also ich weiß jetzt Gegenstände nennen, die auf der Karte sind und ihr müsst sozusagen die Gegenstände suchen oder zählen oder beschreiben oder wie auch immer. Wenn ihr dort angekommen seid, dann schreit euren Namen, also schreien im Sinne von, ihr nennt ihn einfach und schießt eh mal in der Luft, dass ich weiß, wer sozusagen der Erste ist, der ihn gefunden hat, wie auch immer. So, fangen wir mit einem ganz groben Beispiel. Und wenn wir schon, hm? Was ist, wenn wir schon wissen, wo der ist? Müssen wir da trotzdem hinlaufen? Nö. Mann, wenn du jetzt sagst Basketballfeld und ich sag, ich weiß, wo es Basketballfeld ist, was ist dann? Naja, dann muss ich mir schon zeigen, wo es ist. Also ich werde zwar nicht Basketballfeld sagen, aber... Ja, okay. Ähm, genau. Fangen wir mal mit einem ganz groben Beispiel an. Gelber Sportwerk. Und zwar, ähm, sag ich jetzt, äh, ich habe nämlich einen schönen Zettel gemacht, muss ich abkreuzen, was ich schon gesagt habe, was nie. Äh, ein ganz leichtes Beispiel jetzt, ähm, 12, 105. Orion. So. Orion? Ja, ja. Wo? Du hast nie geschossen. Links. Ja, okay. So. Ja, genau. So, da hättest du jetzt sozusagen einen Tod dir verdient und der mit den meisten Toten gewinnt. Aber wie gesagt, das war ja bloß ein Beispiel. Ja, sowas hatte ich schon mal im WTD. Aber was ist, ähm, was ist das mit den Dings? Mit was? Ja, äh, ja. Was? Die sollen dich motivieren. Ah. Genau. Hatten wir einfach dabei? Tja, das ist ein Special-Ding, das kommt zum Schluss. Also, dann sagt mir mal, wo ist der goldene Hund? Oh, da könnt ihr hinlaufen, ne? Ach so. Na. Goldener Hund. Goldener Hund, kann man den essen? Das ist ne Hund, Rippchen. Basta! Das ist doch ein Löwe. Das ist ne Hund, ist das ein Löwe. So. Ist denn hier ein goldener Hund, bitte? Ja, klar. Wir haben es schon gefunden, hier ist es. Das ist doch ein Hund, hier Agent Rippchen. Ach so. Agent Rippchen, hab ich gehört. Ne, guck's nur. So. Dann alle wieder zum Standort, paar Dingens hier hin. Ja, ich bin geblockt. Das weiß ich, oder? Das ist ein Hund. Das ist doch kein Löwe. Hallo, das ist ein Hund. Das ist ja der erste gewesen. Oder? Für mich ein Löwe gewesen. Für mich war es ein Hund. So, gut. Alle da? Dann sag ich jetzt, äh, 69 Grad und 72 Grad. So. Du hast doch den ganzen Tag nur auf der Map hier rumgegammelt und irgendwelche abgefuckten Plätze gesucht, oder? Ne. Das wäre sogar wahrscheinlich. Was war das jetzt? So wie gesagt, 69 Grad und was? 69 Grad und 72 Grad. Namen nennen. Brot. Brot. Schießen, schießen. Gut, stopp. Hier in dem Haus ist der Kühlschrank, oder was auch immer das ist. Was ist das, ein Kühlschrank? Oh mein Gott. Ja, das ist das silberne Teil. Ähm, das ist ein Kaffeemaschinenautomat, denk ich mal. Ne, er ist für für Dings. Oder... Ja, sowas in der Art halt. Da steht... Da bist du du Brot, ich fehle dich nicht. Da steht aber 72 Grad. Ja, gut, hast du, ne? Ja. Brot? Ja. Lass dich messern. So, alle wieder zum Standardpunkt. Ne, wo? Egal. Brot? Ja? Du lass mich ruhig killen. Soll ich? Ja. Ich würd's nicht machen. Naja, mach ruhig, aber bringen tut's dir nicht. Weil du musst ja den meisten tot haben. So. Alle da? Gut, dann geht's nämlich weiter. Und zwar... Seht ihr hinten den Baum? Aha. Richtung dahinter, ne? Seht ihr? Und dort unten, wo der Baum rauskommt, habt ihr Platten. Aha. Also frag ich euch jetzt, wie viele Platten sind das drunten? Ach du Scheiße. Oh je. Ich hab jetzt schonmal sechs Stück. Ja, es hat. Ey, mal schießen. Mach einen Abgang! Killer! Oh hier. Stopp, 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 stopp. Battle-X, Battle-X. Was? Ich hab jetzt erst Brot gesagt. Was? Battle-X? Äh, sag mal. Sag an! 22. Falsch. 29. Brot, 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 Brot. Wo bist du? Wo sieht denn der hier 30? Hier, hier. Er hat sich im Hashtag... Hier, ich schieße doch. Jaaa! So, ein wieder zurück! So, dann haben wir nämlich... Was? 29? Ne, das wäre falsch gewesen. Gut, dann machen wir jetzt weißer Basketball. Weißer Basketball? Weißer Basketball? Folg mir! Weißer Basketball? Weißer Basketball? Der ist schon irgendwo. Tja, wo ist er? Da hab ich noch Schredder. Das ist nicht einfach. Verdammt nochmal. Agent Rippchen! Was? Wo ist der? Ja. Was? Hier. Ja. Oh, nee! Oh, nee! Scheiße! Agent Rippchen! Wo ist denn der wasser? Aber was ist mit Fraps los, ey? Das fackt mich wieder ab hier. Der Rippchen hat schon wieder zwei Tode. Das gibt's ja nicht! Bieter öfters mit, oder was? Bieter öfters mit, oder was? Bieter öfters mit, oder was? Hm, der hat die Ahnung. Deshalb heißt er auch Stalker Nummer eins. Ja. Irgendwie lagst du statt. Ja, ein bisschen. Ja, das ist irgendwie mein Fraps kicked ab hier. Black Shooter, falscher Platz. Ah, ich komm mir nicht hoch. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Völlig für dich rauf, Steve. Nee, mach's nie. So. Goodie. Dann machen wir jetzt, äh... Äh... Ähm... Such das Bild. Bild? Warte, stopp! Such das Bild, was Z.E. Werner geschrieben, äh, gemalt hat. Was? Das Bild Z.E. Werner. Z.E. Werner? Ja. Uffh... Was? Hörer lol 9! Was? Schieß! Warte, Waffe wechseln. Gut! Hier hinten. Ach, tatsächlich! Herr Battle-X, nicht schießen, wenn du dir nicht gesagt hast, ja! Hier! So, hör, was hoch? Ja, 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 ja. Ich kann mich gar nicht lesen. Juuu... Oh, is'n? Eifett am Morgen! Blockmonster, blockt mich nicht alle, ich komme hier weg. Ich komme hier weg. So. Gut. Heißkollegen. Also das haben wir nämlich jetzt auch. Und jetzt kommt nämlich das Lustsche. Baba, baba, ich bin noch gar nicht bei euch. Ich bin noch nicht bei euch. Und zwar. Das Lustsche. Das Lustsche. Ich bin noch nicht bei euch. Ja, dann kommt in Wallung. Komm, komm, komm. Hast du es, hast du es? Ähm. Skorpione? Such die Skorpione. Skorpione? Was? Ich muss selber erstmal überlegen, wo die sind. Ja. Skorpione. Skorpione, wo scheiß ihr? Äh. Was denn für Skorpione? Nein, Leute, blockt nicht. Skorpione. Wie sehen Skorpione nochmal aus? Tja, wie so eine kleine Ratte mit Stachel. Ah. Ratte. Ratte mit Stachel. Na klar. Sehr schön. Gute Beschreibung. Hey, die sind aber giftig und tödlich. Also ich habe was anderes Giftiges und Tödliches, aber es ist kein Skorpione. Hm. Okay. Was denn denn? Was? Wo denn? Ne, ne Schlange. Ein Skorpione oder mehrere Skorpione? Ja, es sind mehrere drunter. So, ob ihr könnt mir ihn, ihn zeigen. Hey, hä? Ich finde gar nichts. Oh, warte mal. Ich glaube, ich mache mich so dies. Ich war mir jetzt noch was zu machen hier. Gibt's ja nicht. Hm. Lecker, mjam, mjam, mjam. Hey Steve, ich krieg Hunger. Ich will miterst mal ein Baguette reinhauen, ja. Bekommt ihr Hunger, wenn man ein Rippchen sagt? Hm, nein. Danke, jetzt kann ich wieder eine Pizza machen. Ja. Eine Pizza-Rippchen, bitte. Tja, wo sind sie? Rippchen, bitte. Die große Grabe-Pizza ist die beste Pizza. Ich glaube, du musst uns mal einen Tipp geben. Nein, nein. Ich gebe euch einen Tipp. Gut, er wurde doch geschossen. In der Nähe, wo ich bin. Oh, yeah. Nano-Xit, Nano-Xit. Nano-Xit, okay. Wo? Hier an der Wand, diese Dinger. Das ist ja kein Skorpion. Wat? Wo sind das denn Skorpione? Ja, keine Ahnung. Was laberst du? Das gibt's hier doch nicht. Der wollte uns nur verwirren. Ja, jetzt stehen alle in dem Raum hier, weil Steve hier steht. Hm. Wahrscheinlich sind das die hier an dem Bild, obwohl sie überhaupt nicht wie Skorpione aussehen. Nee. Wahrscheinlich können sie griffen und haben sich alle verkrochen. So, dann grenzen wir uns noch ein bisschen mehr ein. In dem Raum, wo ich hinzeige. Oh, super. Da! Wo ist das? Ja, oh, da! Alter, nein, was ist das denn? Nein, willst du mich verarschen? Mach mal Platz jetzt. Ja, der, der Hyre-Lol, ne? Alter! Okay. Ganz reich. Orinion. Orinion, Orinion. Ja, ja, die ganze Zeit auf diesen Dingern hier. Die sind brav. Richtig! Ey! Ja, wenn ich nicht getötet worden, hätte ich es auch gehabt. Ja, 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 ich finde klar. Na, Koks! Also, ich würde mal sagen, der Hyre-Lol bekommt einen Tod abgezogen, ne? So, was haben wir noch? Hey, ist das nicht Koks? Kann das sein? Ich wurde noch nicht getötet. Wir haben... Achso, warte mal, wo bist du? Ich bin hinter dir. Hier. Okay. Wo? Ich stehe jetzt am Fenster. Ich sehe die Pirne immer noch nicht. Wo sind die denn? Auf dem Boden, auf dem Plättchen. Melone? Such die Melone. Wo ist die Melone? Wo ist sie? Oh, fuck. Einen, nein, nein. Perfekt. Perfekt, habe ich gehört. Ja, ich weiß das schon. Hier. Ich habe die vorhin extra hergezogen. Hier. Perfekt, wo, wo, wo? Da. Ah, du hast dich kaputt gemacht. Okay, warte, noch einen. Und zack. Also, wie gesagt, hier unten beim Poolwardy. Dann müsst ihr jetzt suchen, äh, 12 vor 48. Was? Nochmal. 12 vor 48. Agent Rippchen. Agent Rippchen. Wie ging das so schnell? Ach. Auch hier unten, an der Kaffeemaschine. Was? Auch? Ja. Mensch, du, habt ihr ja schon einiges hier rausgeschnuppelt. Auf, dann weiter. Ähm, geht's mal heiter weiter. Und zwar sucht ihr mir jetzt, äh. Jetzt, das wird schwer. Kommen wir alle ins Basketballfeld? Kommen wir alle rund ums Basketballfeld? Aha. Steve. Ja, warte. Ich weiß, wo alles ist, weil ich dich ja des Dorks habe. Oh. Mhm. So, nehmt mal eure AN raus. Aha. Guckt mal alle nach oben und schießt ehnmal. So. Genau. Und jetzt sucht ihr mir die Zahl. Okay. Ja, so kann man das auch machen. Klassischer Selbstmord, aber... Wie geil ist das denn, bitte? Sag ich das nicht dazu? Also die Zahl 309. 48 sucht ihr mir jetzt. Agent Rippchen, hinten auf der Waffe. Was da? Agent Rippchen? Willst du mich verarschen? Ja, du hast richtig gerollt. Ich hab die Leute nur verarscht. Okay. Ich hab meinen Leg Switch an. Hm, Leg Switch, ja, schön klar. Ähm, grüner Gartenschlauch. Orinion, Orinion. Äh. Orinion? Äh, hier, hier, ne. Äh, natürlich schießt. Der weiß doch nicht mal da. Ja, muss ich da sein. Ich kann's auch zeigen, oder? Du hast nie geschossen. Doch, jetzt hier. Ja. Orinion. Okay. Alter, woher bist du hier? Du bist denn so schnell da hingekommen? Ich hab's eben schon gesehen. Ja, Tag. So, kommst du wieder her? Alter. So, meinst du, das geht ja ruhig gut. Ähm, goldener Fisch. Was? Such den goldenen Fisch. Kann man den essen? Fischi, 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 Fischi. Man kann alles essen. Kannst dir gerne die Zähne dran ausbeißen. Wenn du willst. Ja. Sicher in der Nähe vom goldenen Hund. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur silberne Fische. Goldfischi, wo bist du? Im Wasser. Fischi, Fischi. Müssen wir tauchen gehen dafür? Nee. Tauchen. Tauchen mit D. Tauchen. Aua. Fisch. Oh, ist nicht der Ernst, oder? Imbertreibel? Imberreisen, Alter. Was denn? Ey. Nicht. Hey. Äh. Killer. Ja, ich hab's dir. Killer. Ja, Killer hast du einen gefunden, goldener Fisch. Wo ist dein goldener Fisch? Das sieht aus wie ein... Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Was denn? Boah. Wer ist denn? Wo ist denn ein Fisch? Ja, das ist auf dich. Das ist doch kein Fisch. Das ist doch kein Fisch. Das ist kein Fisch. Das ist ein Fisch. Ja, das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Wo ist das denn ein Fisch? Ey, na klar. Fisch. So, jetzt geht's direkt weiter. Wie viele Autos sind auf der Map? Wie viele Autos sind auf der Map? 4. 5. 4. 5. 8. Es sind 4 Leute. Es sind 4 Leute. 4. Okay, das lassen wir. Es haben zu viele reingeredet. 7. Ey, ich hab... Hier, lau, 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 lau. Ja, da, da, das sind 7. Schreibt's rein. Schreibt's rein. So, Battle-Axe 8. Was? Ich glaube, das sind 8 gewesen. Scheiße. Ja, das sind 8. Wo bist du denn, Battle-Axe? Nein. Das sind noch 7. Ne, ne, das sind 8. Ja, stimmt. 3, 4, 5, 6, 7. Das sind noch 7. Ja? Ne, hier ist noch eins. Ja, es sind 8. Siehste? Komm mal zum Meter. Komm mal zum Meter. Ah, da, das Kaputte. So, wo ist Battle-Axe? Das Kaputte. Da vorne... Hä? Das sind nochmal 9 dann. Was? Nein. Ne, das ist kaputte, das zählt nie. Das ist kaputt. Das ist kein Auto. Ich schreibe mal die richtige Zahl rein. 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 So. So. Zack. Haben wir das auch geklärt. Vor allem, dass ihr das mit der AN so schnell gescheckt habt, äh, das findest ich ganz schön fies. Ähm, zwei Laufbänder. Müssten wir jetzt suchen. Ähm, Brot. Da hinten in der Garage. Ein Perfekt. Bis jetzt sind noch kein nur geschossen. Ey! Agent Rippchen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich hab's als erstes gesagt. Jetzt schießen sie alle. Also ich hab gehört Agent Rippchen und dann hat er geschossen. Was? Ich hab Brot als erstes gesagt. Ja, du hast aber nicht geschossen. Natürlich. Hör auf mich abzuschießen. Ich hab nur Schalldämpfer drauf. Tja, dann hast du nicht die Klasse, die du da eingestellen solltest. Als ob ich schalte einfach. Agent Rippchen hängt. Ja, Agent Rippchen hängt echt an. So, ne Tastatur. Äh. Impenetrable. Ja. Impenetrable. Scheiße. Das ist hier hinten. Das ist doch keine Tastatur. Hier ist die Tastatur. Ne, hier ist auch ne Tastatur. Tut's auch ne. Na hier ist die Tastatur, ja. Ja, hier. Hier hinten steh ich. Ah, da hinten ist auch eine. Ja, stimmt auch. Sie haben recht. So, jetzt kommen wir nämlich gleich zum Finale. Aber nur gleich. Denn es geht nun mal weiter. So, und zwar. Haltet euch fest. Ähm. Danger High Voltage Area. Was ist das? Danger High Voltage Area. Hab ich schon falsch ausgesprochen? Voltage. Voltage. Ja, ne. Der Brot kann das halbeste. Voltage. War's da? Schießen. Muss auch schießen. Gut. Hm. Äh, nicht so springen. Kannst du deinen Namen nicht lesen? War's da? Ja. Yay, GZ. Nicht Waste. Wo steht's? Ja, ist egal. Ja, ist egal. Da schließt du die ganze Stunde. So, jetzt kommen wir zum Finale. Ähm. Das ist das schwerste, denke ich mal. Das ist das schwerste. Ähm. Handtuch mit den Farben. Orinion. Hellblau, Gelb, Schwarz. Und Dunkel. Ja, Orinion. Ja, Orinion. Bro, 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 Dude, Bro, Yeah. Schließt das Handtuch tot? Bro, 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 Bro so wurde da er. Okay, ich kann nicht mehr. Okay So Wir sind jetzt hier beim Finale und wer hat gewonnen? Agent ripschafft am meisten Tote, he? Ja, ups Ja und jetzt findet ihr auch den Sinn von dem Tuber, ihr könnt euch jetzt nämlich tot tuben Nein! So ich guck jetzt ein bisschen gegen die Wand Und wie hat euch der, der, die Dingens da gefallen? Schreibt es doch mal in die Kommentare und mit dem Nächsten hier, das tut mir leid, aber mein Fraps ist so mittendrin abgeschmiert Und ich wollte das aber nie abbrechen, die Geschichte, deswegen hab ich bis zum Ende gelassen So Also, in diesem Sinne sag ich mal Auf Wiedersehen und Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Brot